Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ich meine Duck Game mit dem Blank Wolf Ich meine hallo Und Arena Hallo Springen wir mal rein Ich nicht Ey Nimm das O Ja genau ne Nimm das Die Tür ist unten rechts Lieber Alex Lauf Rena, das ist ein Feuerlöscher Schnapp ihn dir Ja ich versuch's ja Aber ich kann mich nicht mehr bewegen Du hattest ne Waffe in der Hand Die hättest du vielleicht weglegen sollen Schmeiß den Schlüssel drüber Nein War der Klasse Nein Ich hatte ein Feuerlöscher Aber du wurdest gegrillt am Schluss Oh wieder keine Mods on Ich dachte mal ich komm von der anderen Seite Nein Ich hatte gerade gedrückt Aber die hat ja so ne leichte Latenzverzögerung Anfangs Nein Arena What Die Jüte Quack 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 Ey Bubble Dreckslacker ey Ah ich hasse es immer auf den Stein zu gehen Damit man da reinkommt Wusstest du dass man sich auch keine Waffe kann? Ach Na toll Scheiße Ey denn wie lange bin ich denn da noch drinne? Ey sag mal wusstest du dass man die Schlüssel da reinwerfen kann? Nein Kann man aber The more you know Fuck wir haben es geschafft Warte Ja scheiße Mino Komm mal runter Nein Nein sie ist alle Nein Das gibt es nicht Ich hab doch die ganze Zeit das äh äh Gelärt Geräusche gehack Danke Hallo Trainer Wo ist die Waffe? Hallo. Hallo. Nein. Fuck. Guck an meine Schuhe. Schöne rote Schuhe. Ja, ich hab neue Nikes. Alles krühen. Aber immerhin hab ich zwei Fans. Konstant zwei Fans. Das ist doch auch gut. Äh? Was? Hast du das gesehen, Alex? Du hast geschossen, obwohl du keine Waffe hattest. Ne, ich hatte die Shotgun. Die hatte ich. Ne, die hatte ich. Du hast dir den falschen angeschaut. Nein, ich hatte sie wirklich. Ich hab sogar diesmal extra nachgeguckt. Wir haben die zur gleichen Zeit gegriffen. Das muss ein Bug sein oder sowas. Das ist mir auch noch nie untergekommen. Alex, ich werde nichts sagen, aber bei dir ist es ziemlich heiß. Doch, geht eigentlich. Nein, geh weg, Rena. Nein, geh weg, Rena. Ich wollte dir eine warme Umarmung geben. Nein, den will ich auch nicht. Nom 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 nom. KANIMALISMUS. Ich beobde dich mit Hühnchen. Tod durch Chicken Nuggets. Ja, ich krieg einen Schwessel, verdammte Scheiße. Das war nicht der Schlüssel zum Sieg. Ne, irgendwie nicht. Natürlich krieg ich keine. Ignoriert mich einfach. Nein. Gut, dass ich meine noch nicht gezündet hab. Was? Was hab ich denn getötet? Eine Granate. Ich war in der anderen genug bei der Granate dran. Ich hab's geschafft. Ach, Alex. Hau ab. Nein, ich hatte gerade das Buch. Nein, 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 nein. Ja! Ich wusste, dass du das Buch nimmst. Eeeh Hehehe Not this time! Oh man ja Höh NEIN! Dann hab ich auf den falschen geguckt! Ich dachte, ich bin oben links rausgekommen Nein! 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 Wuhu! Hier ist die Fettung! Was ist das denn? Nein! Aus! Warte, da ist er! Die all diese Fettung! Vielen Dank! Joaah! Nein! Ah, olha Alex gewinnt das wieder hause und... Alex sieht aus als hätte er an der... ...Granate grad geleckt, so x65 Sieht so aus, hätte er zu viel nukleares Material geschlägt. Das heißt Nukula. Oh Gott, Rena ist genauso gut wie ich. Kunststück. Pump-Landung. Zack, 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 kluck, 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 kluck. Ganz viele neue Fans dazu. So, ich glaub, da müssen wir noch ne Runde. Eine? Drei. Sieben. Jetzt übernimmst du dich aber. Was war drin? Was war drin? Star, aber hätte ich dich noch getötet. Ich glaube auch. Ich hab dir schon mal ne neue Waffe da rausgeholt. Sehr lieb, dankeschön. Nein! Genau, im Moment war sie leer. So ein Kack-Ding. Hey. Der erste Punkt geht an mich. Und das. Und das. Und das. Oh. Ich nehm lieber die hier. Oh, verdammt. Ich sollte sie auch werfen. Rena schafft das auch rückwärts zu schießen. Respekt. Ja. Ha ha ha. Yeah. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Jetzt hätte ich mich fast selbst getötet. Wasser! Hade! Rührt den Tisch! Und tschüss! Wiii! Nein! So ein blöder Hurenfuzzi! Alter! Jetzt bringst du doch endlich zu Ende! So ein Kacklappen, ey! Oh! Nein! Den hat das Hammer! Hui! Selbst erschlagen! Nein! Ja! Danke, Rena! Ich konnte auch nicht mehr weggehen! So ein Mist! Alle weg! Mach einfach die Plattform kaputt! Ist schon okay! Die haben wir nicht teuer bezahlt oder so! Ne, mach schon kaputt, Kind! Ist völlig okay! Aua! Dreckslacker, ey! Das können! Innen! Es ist halt einfach nicht... Oh! Oh! Alle mal in Deckung! Oh, die ist auch her! Oh! 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 Oh, das war alles besser! Oh das? Oh das er sagte! Oh das ist ja wohl accusing mich! Oh ja! No! Nein! Yes! Gut gemacht, Rena! Nein, warum ist hier kein Ausgang? Hattest du sie noch unter Kontrolle? Ja, hab ich. Es schneit. Warum schneit? Hast du den Bub gesehen, Alex? Ja, hab ich. Ihr braucht wohl doch nur ne dritte Runde. Was? Du hast halt nicht mal meine Richtung geschaut auf meinem Bildschirm. Ich hab mich aber auch grad umgedreht. Oh. Okay, wir müssen eine Allianz gegen Blankwolf schmieden, Rena. Möchtest du, dass sie gewinnt? Oder dass er gewinnt, Rena? Lass mich los! Wo bin ich? Warum? Warum? Nee. Nein! Lass mich los! Tschüss! Da ist wieder keine Plattform mehr! Scheiße! Gott! Watt! Du warst bei mir halt auf der falschen Seite von dem Teil! Oh, der dreckige Cheater! Noch eins, Leute! Noch eins, Leute! Oh! Schnell weg! Mist! Yay! Kommt davon, wenn ihr euch gegen mich verbünden wollt! Nein! Störb, du Sau! Oh! Ohne Rücksicht auf Verlust, ich gönn dir jetzt keine weiteren Punkte mehr! Nein! Geh weg! Nein! Ich hab den Blut ver... Oh! Pfui! Tschüss! Bis später! Wie du einfach das Boomkin tötest! Nein! Wie Rena es halt eben einfach nicht gewagt bekommen hat! Oder noch schlimmer, du! Ich musste nachladen! W COUR, du! Also! Hup! 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 DadatadaadaADAADADA!!! Da-da-da-da-da-DA! Haha! Oh, alle. Nummer 1! Oh, der 2. war schon tot. Yay! Und trotzdem so viel Grün. Tschüss! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hab 7 Fans, hurra! Oh, wir sind jetzt bei 15,5 Minuten. Wollen wir uns dabei lassen für heute? Ich hab 9 Fans! Gut! Dann ragdolle ich mich mal. Oder Rena, okay, dann schnappen wir uns Rena. Los, greift mir zu. Greift mir zu! Ja, bin doch schon dran. Und jetzt rumwedeln. Dann hoffen wir, die Episode hat euch gefallen und ihr habt mir Spaß. Wenn ihr denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos like, unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute! Tschüss! Tschüss! Oh, ich hab einen Ass. Äh, einen Unlock. Ich auch. Ritual Duck Gamer. Echt? Ja. Cool. Auf jeden Fall, Tudeloo, Leutchen. Auf jeden Fall, Tudeloo, Leutchen. Tudeloo, Leutchen. особенно, auf jeden Fall, Tudeloo, Leutchen.